Es gibt viele Sportkommentator, es gibt gute, schlechte, aber es gibt nur eine Herr Tane, der einzig wahre Nachlese für Fans. Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist ja wieder euer Herr Tane, von der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Nein, ich bin nicht in Katar, obwohl bei den hiesigen Temperaturen könnte ich mir schon ganz nett vorstellen, bei 30, 35 Grad oder so. Ja, ist schöner als mit dem Nieselschnee hier so. Aber komm, egal. Es geht ja gar nicht darum und es geht auch gar nicht um irgendwas anderes, das ich mal wieder ganz bewusst völlig außen vor lasse, mehr als dazu, was ich letztens gesagt habe. Habe ich auch gar nicht zu sagen und will ich auch gar nicht sagen. Wir wollen uns kümmern um Sport, wir wollen uns kümmern um Fußball, unsere liebste Nebenbeschäftigung oder vielleicht auch Hauptbeschäftigung als Hobby bei dem einen oder anderen. Und deswegen, ja, heute nach unserem Spiel Deutschland gegen Japan, das Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft gegen die Japaner, ja, 1 zu 2. 1 zu 2. Okay, Leute, es ist eigentlich, also ich muss mal sagen, es ist schon, ja, es ist schon irgendwie eine ziemlich interessante Weltmeisterschaft bisher, ja, von den Begegnungen, von den Ergebnissen her. Ich finde total spannend und interessant, wenn man das jetzt mal nicht so aus dieser nationalen Brille, nationalen Fanbrille sieht, sondern einfach mal sagt, okay, komm, ich bin eigentlich für gar keinen weiter und auch gegen keinen, ich gucke mir diese WM jetzt einfach mal so an und ziehe da so ein Resümee bisher, ne, für mich. Da muss ich mal ehrlich sagen, also gerade so diese Außenseiter, ja, was die so zum Teil für was für Überraschungen, die gesorgt haben bisher, finde ich schon sehr, sehr beachtlich. Ja, und ja, unser heutiges Spiel, also ich mache jetzt natürlich auch nicht die lange Analyse und mit irgendwelchen Leistungsdaten und keine Ahnung, bis auf einen, die muss ich besonders hervorheben, der gehört für mich nicht in die Nationalmannschaft. Ich habe sowieso nicht die Nominierung verstanden, das war Schlotterbeck, ja. Nicht nur, dass er die Hauptschuld am 1 zu 2 trug, sondern auch sonst. Also einfach für mich kein Nationalspieler, ja. Also deswegen wollen wir nicht lang reden, 33. Minute, Gündogan der Elfmeter, berechtigter Elfmeter und absolut verdient die 1 zu 0 Führung, weil eben einfach Deutschland in der ersten Halbzeit, ja, nicht nur in der ersten Halbzeit, Deutschland war über das ganze Spiel die klar bessere Mannschaft, ja, mit mehr Ballbesitz, mit, ja, natürlich auch ausgefeilterer Technik, ja. Das war schon, das war schon okay, nur, ja. Es nützt natürlich nichts dann, 1 zu 0 in Führung zu gehen, wenn du dann danach aus allerbesten Chancen vorne nichts machst, ne. Und in der zweiten Halbzeit dann auch, ja. Es gab ja wirklich, also unendliche Chancen, ja. Und zwar muss man mal sagen, der japanische Torwart auch gut gehalten und dann hat sich immer irgendeiner aus der japanischen Verteidigung dagegen geworfen und trotzdem, ja, komm, also ist es ganz klar, da musst du einfach den einen oder anderen Treffer machen. Ja, und dann muss ich sagen, war das ein Stück weit so eine Kopie zum Spiel Argentinien-Saudi-Arabien, ja. Ja, auch Argentinien besser gespielt, Chancen gehabt ohne Ende und nach dem Tor von Messi dann noch zwei oder drei Tore gemacht, ja, in Anführungsstrichen, die aber abseits waren. Und da hat dann Saudi-Arabien mal eben in ein wenig Minuten das Spiel gedreht und trotz aller Überlegenheit und trotz natürlich des besseren Fußballs ist es Argentinien nicht gelungen, am Ende wenigstens noch einen Punkt zu holen, ne. Und genau so ging es uns auch, ja, genau so ging es uns auch, ne. 75. Minute des 1-1, ja, und dann eben in der 83. das 1-2 und dann war natürlich schon ja auch durch diese immense Nachspielzeit, die ist ja mittlerweile in Katar länger als das eigentliche Spiel, ja. Aber okay, das ist so eine neue Geschichte von der FIFA wohl, dass man versucht, da immer mehr auch nachspielen zu lassen, was ja eine Verzögerung ist, ja, kann man machen. Ich weiß nur nicht, ob ich mir jetzt wünsche, dass das jetzt in der Bundesliga auch so Einzug hält, also, ja, weil viel genauer wird es ja dann auch nicht, ne, mit den Spielverzögerungen, weil steht ja keiner so richtig mit der Stoppuhr da, glaube ich. Oder vielleicht, weiß ich nicht, steht der vierte, fünfte, sechste Offizielle dann da mit der Stoppuhr, weiß ich nicht. Bloß wir müssen dann schon auch irgendwo überlegen, was machen wir mit dem Fußball, ne. Lassen wir den Fußball so einigermaßen, wie er mal war, mit halt jetzt natürlich solchen Sachen wie VR und so weiter, okay. Ja, oder ändern wir ihn komplett, ne, und spielen dann wirklich nur noch nach netter Spielzeit und machen es wie beim Handball oder, weiß ich was, beim Eishockey, dass wir dann immer die Uhr anhalten, ja. Oder Basketball, ist ja genauso, ne. Also, das muss man überlegen, denn ich glaube jetzt nicht, dass so eine etwas genaueren, verlängerten Nachspielzeiten dann, dass das jetzt wirklich dann so Minuten- und Sekundenmäßig genau, wer soll das abstoppen, ja. Also, weiß ich nicht. Gut, können wir ja gerne mal drüber diskutieren. Schreibt mir sehr gerne auch mal eure Meinung da rein. Ja, also, normalerweise ist ja eigentlich klar, wenn in der Halbzeit kein, also, wenn gar kein Wechsel war und keine einzige Spielverzögerung, dann wird eigentlich nach, sagen wir mal, 45 Minuten abgefiffen. Und wenn halt in irgendeiner Halbzeit ein, zwei Wechsel waren, ja, dann eben zwei Minuten obendrauf, gibt es noch eine Verletzungsgeschichte, vier Minuten und das Höchste, was der ja sonst so macht, sind dann halt so fünf, sechs Minuten, aber dann müssen schon noch ein paar andere Sachen passiert sein. Also, ich bin mir da selber nicht ganz klar, ob ich es jetzt gut oder nicht so gut finde, keine Ahnung. Schreibt mir gerne mal eure Meinung rein, aber hat uns jetzt aber auch nicht, ne. Hat uns jetzt aber auch nicht wirklich weitergebracht, ja. Also, Deutschland gleich Argentinien 2.0, so kann man den heutigen, unser heutiges Spiel so ein bisschen resümieren. Ja, da liege ich natürlich so schon mal eventuell ein bisschen verkehrt mit meiner 50 oder 50 Prozent verkehrt mit meiner Voraussage, oder was ich so erwartet habe, wer das Halbfinale bestreiten wird, ne. Denn für mich war das ja Deutschland, Frankreich, Spanien und Argentinien, ne. So, ich das sagte, ja, im letzten oder vorletzten Video. Ja, und nun haben sich schon mal zwei Top-Favoriten, nämlich Argentinien zuerst und Deutschland dann danach, ja, aus diesem Top-Favoriten-Kreis eigentlich schon mal verabschiedet, ne. Ja, natürlich ist beiden zuzutrauen, ja. Sowohl Argentinien, auch wenn sie mich in dem Spiel, auch wenn sie natürlich besser waren als Saudi-Arabien, aber so richtig überzeugt haben sie mich spielerisch auch nicht, ne. Es ist im Prinzip so eine, ja, das ist so eine Messi-Elf, ne. Das ist eine Messi-Elf, der macht und der tut, aber er hat halt eben einfach natürlich da auch nicht so die wirklich richtig guten Leute, ne, die dann auch das Spiel machen. Und Messi ist, was ich auch glaube, ist, dass Messi so ein genialer Fußballer er auch ist, völlig ohne Zweifel, aber er ist nicht unbedingt so dieser Leader, ne, der vielleicht so die anderen so mitnehmen kann, ne. Dann dafür ist er eigentlich von der Persönlichkeit hier etwas zu introvertiert, ne, der Lionel. Das muss man auch sagen, ne. Also, das wäre jetzt eher so ein Cristiano Ronaldo, ja, klar, komm, ne. Der macht mal seinen bösen Blick, ja, und schreit die anderen an, aber das ist nicht so Messi-Style, ne. Vielleicht ist das auch ein Problem in der argentinischen Mannschaft, ne. Aber was ist unser Problem? Ja, unser Problem weiß ich nicht. Ich habe es vorher gesagt, ich habe gesagt, wir haben ein super Team zusammen, wir haben da so ein 6er, 7er Bayern-Block. Also, eigentlich, finde ich, haben wir nominell eine fantastische Mannschaft, ja. Aber es funktioniert nicht richtig. Gut, dann, wie immer, ja, muss ich sagen, das ist jetzt die Aufgabe von Hansi. Hansi Flick muss jetzt aus den Möglichkeiten, die er dort hat, ja, aus diesem Potpourri, ja, aus diesem Potpourri von begnadeten Fußballern, muss er jetzt eine schlagkräftige Truppe formen, ja. Und zwar, das schon bis Sonntag, denn am Sonntag, ja klar, machen wir uns nichts vor, am Sonntag ist schon das vorgezogene Endspiel, ja, wenn wir da nicht gegen Spanien gewinnen, was ich für möglich halte, für nicht komplett unwahrscheinlich halte, aber im Gegenzug sage ich auch, ja, na klar, wenn sich da noch einiges tut bis dahin, es sind nur ein paar Tage, aber bitteschön, dann können wir auch Spanien schlagen. Also, ich halte beides für möglich, will mich da im Vorfeld nicht festlegen, nur wenn es eben nicht klappt, dann, ja, dann ist die Messe gelesen, dann ist die Messe gelesen und ich gucke hier gerade, parallel läuft, ist der Ton aus, ja, ne, ihr hört nichts, ne, das ist gut, sonst gibt es ja wieder nur Ärger hier, ne, mit FIFA, GEMA, und wer will mit der FIFA schon Ärger haben, ja, das will man ja nicht, ja. So, da muss ich nur noch mein Trikot hier von 74 ausziehen, weil das nicht, weiß ich nicht, hier aktuell Katar gerecht ist für 2022 oder so, ja. Aber ich finde das schön, das hat Seppel, ne, kennt ihr noch? Sepp Meier, ja, die Älteren unter euch, ihr werdet euch erinnern. Ne, aber was wollte ich sagen, ja, also hier steht es jetzt gerade 4-0, Spanien gegen Costa Rica wird wahrscheinlich ein 5-0 vielleicht noch werden oder so, 70. Minute jetzt oder 71. Minute gerade, also da ist, da ist alles rum, ja. Und dann muss man also sagen, dass also von meinen geplanten Halbfinalisten, ja, Spanien und Frankreich das dann ganz souverän gemacht haben im ersten Spiel, ja, und die anderen beiden eben so mal gar nicht, ne, jo. Obwohl ich jetzt aber mal auch sagen muss, ja, also, das ist keine Entschuldigung, ne, also ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass ein deutsches Nationalteam die Japaner schlagen muss bei einer Weltmeisterschaft, ja. Fest von überzeugt, da gibt es auch kein Aber. Nur, nur mal vielleicht noch so ein bisschen, ja, zur leichten Minderung und um vielleicht Argentinien noch ein bisschen zu ärgern. Also, Saudi-Arabien halte ich jetzt schon doch für schwächer als Japan, ja. Denn die Japaner haben ja Bundesligisten, ja, in ihren Reihen und Zweitligisten. Also, das ist schon nochmal etwas, was anderes als Saudi-Arabien. Wenngleich ich aber sagen muss, in dem Spiel gegen Argentinien fand ich Saudi-Arabien wirklich erstaunlich gut, wie die gekämpft haben, wie die wirklich auch früh attackiert haben. Und mal abgesehen von den beiden Toren, ne, das eine war ja ein Traumtor und das andere war, glaube ich, auch gar nicht. Ach, eigentlich waren es zwei geile Tore, beide, ne. Also, von daher, auch Argentinien hat kein einziges Tor aus dem Spiel geschafft, genau wie wir nicht, ja. Es musste ein Elfmeter her, ja, gut, den macht Messi dann natürlich, ja. Aber, nein, also Saudi-Arabien auf dem Papier für mich deutlich schlechter als Japan. In der Realität, finde ich, haben sie das aber wirklich an dem Tag auch gegen Argentinien ganz schön gut gemacht, ja, muss man sagen. Naja, und dann gibt es halt noch die anderen beiden, ja, die haben sich ja auch schwer getan, ne. Dänemark, ja, für manche so der Geheimfavorit, gut, für mich jetzt nicht, aber okay. Als Dänemark kannst du vielleicht mal eine Europameisterschaft gewinnen, wenn du zufällig dran teilnimmst, ja. Ohne, ohne, war gar nicht gewollt, aber ja, gut, fahren wir halt hin, gut, gewinnen wir mal. Aber, ja, und gegen Tunesien 0-0, gut, jetzt aber auch nicht Tunesien zu schlecht einschätzen. Tunesien, ne, die haben ja da auch viele, die werden ja auch ausgebildet da in Frankreich, ne, durch die French Connection. Also, Tunesien ist jetzt auch nicht so ein Amateurfußballland, so gesehen, ne. Ja, und Marokko, Kroatien hat mich schon aber auch, ich habe das Spiel leider jetzt, ja, nicht sehen können. Ich meine, ich, ja, ich habe immer gesagt, ich gucke die WM, ja, da wusste ich aber noch nicht ganz genau, das erste Spiel ist schon, keine Ahnung, um 11 Uhr vormittags anfangen, ja, oder so. Ja, also ich muss auch, also auch ich, ja, auch ich muss manchmal arbeiten, ne. Also deswegen, manchmal kann ich was auch wirklich gar nicht sehen. Also Marokko, Kroatien habe ich, kenne ich jetzt nur vom Ergebnis her, muss mir nachher mal irgendwann die Zusammenfassung angucken. Aber das hat mich auch, zumindest vom Ergebnis her, überrascht Kroatien, halte ich, ja, das ist ja, soweit ich mich erinnere, der Vizeweltmeister, oder? Ja, 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 glaube ja, Kroatien stand doch im Endspiel bei der letzten WM gegen Frankreich, ne, wo Frankreich Weltmeister geworden ist. Also, da muss ich sagen, gegen Marokko, Kroatien, das hätte ich aber auch deutlich stärker und eher für Kroatien eingeschätzt, ne. Naja, gut. Ja, also, und, ja, und was ich heute hier aber gesehen habe, ne, klar, Spanien, Costa Rica, jetzt 4-0, wie gesagt, irgendwann fällt bestimmt gleich, ja, jetzt vielleicht, nein, doch nicht, aber bestimmt in zwei Minuten oder so, das 5-0 oder so, ja, das sieht deutlich, ja, tatsächlich, jetzt fällt es, 75. Minute, 5-0. Okay, also, das ist natürlich eine Ansage, ja, klar, das ist eine geile Performance, aber ich muss euch wirklich sagen, weiß nicht, wer von euch das Spiel auch sieht, oder, ne, aktuell sieht und den Anfang von Anfang an gesehen hat, also, ganz ehrlich, Costa Rica, aber was Costa Rica da spielt, das ist ja auch kein Fußball, ne, also, die gehen ja gar nicht irgendwie auf den Gegner auf nichts, da sind Abstände mindestens von 4-5 Metern, also, gut, also, für mich ist das jetzt wirklich absolut kein Maßstab und da sage ich jetzt auch nicht jetzt hier, ja, Spanien ist jetzt dadurch für mich nun der Megatop-Favorit und deswegen haben wir gar keine Chance, also, ganz ehrlich, Costa Rica, also, wenn es für uns mies läuft, ja, so, und wir verlieren gegen Spanien, okay, dann ist der Drops eh gelutscht, aber wenn wir dann das letzte Spiel gegen Costa Rica machen, ja, und das nicht mindestens mit 3-Toren-Unterschied gewinnen, ja, dann müssen sie im Prinzip die ganze Nationalmannschaft verkaufen, ja, weiß ich wohin, nach Katar, oder, Katar, habe ich auch nicht verstanden, oder, das ist immer Öffnungsspiel Katar, oder, äh, nicht dolle gewesen, absolut überhaupt so gar nicht dolle gewesen, die Leistung, und die waren da, die waren doch vor, vor einiger Zeit, die waren Asienmeister, ja, die haben Mannschaften wie, wie Japan geschlagen, verstehe ich auch gar nicht, was ist, was stimmt mit denen nicht, also, oder, also, spielen die eigentlich so, wie sie damals gespielt haben, wo sie die Asienmeisterschaft gewonnen haben, und bei denen ist jetzt irgendeine Blockade, oder war das einfach nur ein riesen Zufall, ein riesen Glück, und, äh, können die wirklich nicht besser, aber da war ich auch überrascht, also, gut, auch wenn ich jetzt Katar natürlich bei der WM eh jetzt auch nur 3, 4, äh, Platz 3 oder 4, eher 4 zugetraut habe, aber trotzdem, ich fand schon, also, dass da so viele Defizite waren, die ich in dieser Form, jetzt nach dem, was man gehört hat, wie sie sich vorher präsentiert haben, jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, ne, naja, jo, okay, also, ja, Resümee, ja, verkackt, ne, keine Frage, aber, ja, noch ist Deutschland nicht verloren, ja, Polen auch nicht im Übrigen, ja, äh, schade, ne, ich hätte mich ja gefreut, wenn, wenn sie es, wenn sie einen Sieg im ersten Spiel eingefahren hätten, aber nun ohne Unentschieden, naja, äh, überzeugt hat es mich da auch nicht, ja, also, das ist schon, was ich vorher gesagt habe, hast du gesehen, das ist halt Levi, der versucht und der macht und der tut, aber vom Rest kommt nicht so viel, naja, und dann natürlich auch noch, dass er natürlich den Elber noch verschließt, war natürlich ganz bitter, ne, das hat mir für Levi schon auch, äh, leid oder, oder weh getan, ne, ihr wisst ja, ich mag ja Levi, ne, so, habe ich jetzt, bin ich jetzt auch noch losgeworden, ja, ansonsten, denke ich mal, ist es im Groben jetzt erst mal das, äh, wo ich sage, das wäre zum heutigen Tage zu sagen, also, na, noch ist alles möglich, aber, äh, man kann sich einen deutlich besseren Start in eine Fußball-WM wünschen, als wir das hier heute hatten, ja, muss man echt sagen. Ja, meine lieben Freunde, ähm, dann denke ich mal, äh, ist es das für heute, wie gesagt, am Sonntag, das, äh, schon entscheidende Spiel gegen Spanien, ja, und da gucken wir mal, ne, Fußball ist ja alles möglich, ja, wie ihr wisst, ja, im Fußball gewinnt mit Saudi-Arabien gegen Argentinien 2 zu 1, ha, also, warum sollen wir nicht auch Spanien schlagen können, hm, ne, also, okay. Gut, meine lieben Freunde, in dem Sinne an alle meine, äh, Hertha-Fans, hao he, und an den Rest da draußen, gehabt euch wohl, äh, ein paar weitere schöne WM-Tage, und wir, äh, hören uns dann, äh, nach unserem Spiel gegen die Spanier. Ja, leicht wird es nicht, ja, also, macht's gut, Rinihauen, bis dahin, ciao, ciao.